Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 12. Ja die letzte Folge oder bisher das letzte Mal ging leider nicht eine Stunde sondern bloß 38 Minuten. Naja es ist schlimm dann mache ich aus der 38 minütige Folge eine Stunde, äh 17 Minuten oder 18 und 17 Minuten werden halt jetzt die nächste der Part 6 und Part 7 etwas kürzer aber Part 8 und Part 9 und Part 10 sind dann wieder eine Stunde also jeweils 25 Minuten so also die nächsten werden dann ein bisschen länger also nicht wundern dass es jetzt aber jetzt haben wir Zeit zum aufnehmen okay jetzt geht's weiter jetzt haben wir uns jetzt! ja jetzt haben wir uns jetzt! ja jetzt kommt die nächste! klatsch die rote, schau dir sie runter! schau dir! schnell! 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 Oh no, was seid ihr denn für Typies? Au! Oh! Sechs skills erhalten. Ich riss erst mal den Flammenstock aus. Jetzt geht die Party ab. Okay, jetzt sind wir schon fertig. Hm. Hm. Was ist dein Name? Amalia. Amalia, huh? Nice to meet you. Hm. 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 Ja. Machen wir mal weiter gehen Was ist denn das denn? Baaam, die sind zu überleveled Eee Fran, äh, Quatsch Wan ist erstmal ne Sternfrucht Großartig Ja Toll, das wars, wie als wenn nichts gewesen wär Nein, Kiste in Ruhe lassen Wo steht denn der Kiste mitten auf dem Weg, hä? Baa Total unlogisch Ja Oh, nein, was? Ja, so'n Dreck Kaki Masera Ja Mal, komische Geräusche die Gegner Halt Halt, 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 halt Runterwärts Erstmal runterwärts Was, wo kommt der Geist her? Geh weg, du Geist Quatsch Autsch, ey Was, blind, oh je Haben wir schon, äh, für Gambit Dings Ey, halt, äh, Toxin Ah, das war das Luchs War blind Ah, Mist Weiter geht's Zentrales Schleusenbecken Entklärer-Sektion Entklärer-Sektion Wie konnte Was, man Wow Wie kann aus Fettsäure Betr Agris lich St het Oh Gott, ein Riesenfeuerpferd. Pyros. Ja, nicht Feuer. Komm, krieg man so hin, Mensch. Was? Nein, Toxin. Oh Gott. Los. Ist gleich kaputt. Jawohl. Bamm. Kaputt. Aber leider nicht ganz tot. Ich bin so kaputtgegangen. Oh nein. Jetzt ist nicht die Zeit. Ich hoffe, dass ich was kommt. Ich weiß nicht, was es kommt. Oh, oder was sie bekommen? Ist das was die Kommotion, die letzte Nacht war? Sie denken, ich bin ein commoner Thief. Better als ein commoner Assassin. Diese Leute haben nichts getan. Entschuldigen sie! Was machst du? Keine Entschuldigung, ich denke. Warte! Woher du denkst du gehst? Du musst ihn gehen! Du musst ihn gehen! Penelo! Entschuldigung. Das Dinner muss ich warten. Ich habe gesagt. Das ist genug! Lass ihn alleine! Hold' ich das für mich, würde ich? Bis zum nächsten Mal, ich bringe Van zurück. Ich bin auf dem Weg. Du bist auf dem Weg. Alles klar, alles klar. Wir sind nicht, wir sind. Das ist Balthier, mein Bruder. Was ist das Verländerer? Ich wollte ihn nicht zu töten. 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 Wir werden festgenommen. Das ist das Verländerer. Das war? Ist das wirklich ein Teil davon? Was ist das? Werd ich überhaupt ein Teil davon? ...werd du... ...werd du, wenn... ...werd du... ...werd du bist... ...werd du? es Ach, mal diese Flashbacks von Rex. So traurig. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, man. Das Nalbina verließ. In den Raum hinter mir werden die Toten geworfen, du und ich will landen da auch irgendwann mal. Ach du Scheiße. Nee, 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 nix tot, ich will leben. Ach, Wasser, Wasser. Kollege, was trinkst du da? Das ist kein Wasser. Das ist Gülle. Naja. Guten Durst. Diese Schmerzen, verfluchte Schweinebande, mich so zuzurichten. Von wegen Schnüfflerjagd, diese Schweineschnauzen sind doch selbst nichts besseres. Was ist das auf dem Boden? Das ist ein Stein. Ein Ausbruch gibt einen Haufen, die es versucht haben, aber hab noch von keinem gehört, der es schaffte. Ah, ich geh da mal. Hey, Neuzugang, wenn du diese Hölle hier überleben willst, dann leg dich besser nicht mit dem Sieg, mit dieser Sieg ausgebohrt Daxa an. Okay. Glaub mir, Freundchen, du willst da lieber keinen Fuß reinsetzen, ehrlich, es ist nur zu deinem Besten. Ah, egal, ich bin stark genug. Du bist ganz gut. Du bist ja auch. Behandlung, die du dich innenst мало, wenn deine Du dich abont, das ist sehr schön. Das ist ja auch. Du bist ein Alkratzer. Ja, ich bin ein Alkratzer. Ich habe den Alkratzer. Du hast noch alles aufgehoben. Du kannst die Welt zu einladen. Du bist nicht so gut. Du bist bist ein Alkratzer. Ja, ich habe noch den Alkratzer. Wiem, ich bin ein Alkratzer ist ja immer wieder zusehen. Du bist Всем den Alkratzer.